servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit einer ankündigung betreffend season 4 von dragonflight denn das hat blizzard gestern angekündigt sie werden in dieser season einiges anders machen also es ist zwar bekannt dass es wieder eine fete season werden wird sprich mit den alten raids aus dragonflight und so weiter und so fort aber komplett neu ist diesmal dass ihr für euer tset abstimmen könnt sowohl was das aussehen als auch die boni angeht allerdings gibt es diesbezüglich beschränkungen das gucken wir uns in diesem video mal an wenn ihr mich unterstützen wollt und ihr keine news verpassen wollt dann sehr gerne den kanal abonnieren und damit geht's los ich packe euch mal diesen link hier in die video beschreibung hier sind dann alle einzelnen sachen quer verlinkt quasi die für euch wichtig sein könnten für jede klasse transmog und für jede klasse die specks welchen tset bonus ihr haben wollt denn blizzard hat bekannt gegeben dass ihr quasi bestimmen könnt mit welchem tset und mit welchem boni ihr in season 4 an start geht das heißt es gibt keine neue optik oder keine neuen set boni das finde ich persönlich schade aber das war zu erwarten auf der anderen seite aber ihr könnt ihr zum beispiel sagen okay beim droiden hat mir in dragonflight am besten die optik von season 2 gefallen dann könnt ihr dafür stimmen aber ich hätte gern als eule den set bonus von season 1 dann stimme ich dafür also ihr könnt hier quasi so ein mix and match machen und für eure favorisierten boni und optiken abstimmen und daraus wird dann am ende das set gebastelt was allerdings nicht bekannt ist bzw was ich nicht gesehen habe ähm ist die tatsache ob blizzard neue optiken dafür bastelt also sprich wenn ihr jetzt für ein set wählt ist es klar okay der look wird so und so aussehen aber wird es dann beispielsweise neue farbvarianten in season 4 geben was sie mit reingeschrieben haben ist definitiv dass sie ähm den die stärke des set bonus je nachdem was gewinnt ein bisschen anpassen weil in season 4 steigt natürlich das item level weiter das kann sein dass manche set boni würden sie beispielsweise so sein wie in season 1 unfassbar stark sind das ist tatsächlich auch was was die abstimmung ein bisschen schwierig macht ähm da nirgends direkt dran steht welche änderungen vorgenommen werden würden und zum beispiel bei der eule der vierer bonus aus season 1 war extrem stark kann man jetzt von ausgehen dass der so wahrscheinlich nicht übernommen werden würde weiß man aber auf der anderen seite auch nicht und dementsprechend ist es jetzt schwierig zu sagen okay eigentlich würde ich gern für den und den bonus wählen weil der ziemlich gut wäre aber wenn der jetzt genervt wird wäre vielleicht doch der oder der besser das macht halt ein bisschen schwierig was nicht ähm wohl möglich ist es zu kombinieren also zu sagen ich hätte gerne den zweier bonus aus season 3 und den vierer bonus aus season 1 das wird es nicht geben macht aber auch in der regel sinn weil diese set boni bauen in der regel auch ein bisschen aufeinander auf deswegen ähm kann man jetzt da nicht so durch kombinieren und wenn ihr euch dann am ende entscheidet für was ihr abstimmen müsst passt auch übrigens auf dass ihr ähm 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 na wie soll ich sagen dass ihr in dem sheet von wow hat die richtigen links auswählt also es gibt für eu und es gibt für na ihr müsst für eu wählen und jetzt in dem fall würde ich dann zum beispiel sagen okay ich möchte das set aus season 3 haben ich bin jetzt nicht eingeloggt deswegen geht das nicht aber den set bonus hätte ich gerne ähm tatsächlich aus eulensicht muss ich sagen wäre es mir relativ wurscht ähm wobei das season 2 so viele gewinner hat verstehe ich nicht ganz ehrlich gesagt äh so viele stimmen weil der hat mir persönlich nicht so viel spaß gemacht der stärkste war der aus season 1 definitiv aber ich mag den playstyle mit dem aus season 3 ähm aber da könnt ihr dann halt auch sehen okay welcher link hat gewonnen und nicht wundern dass das in zig sprachen gemacht ist weil es gibt diesmal keinen extra link für deutsch englisch und was weiß ich sondern ein link für alle sprachen und dann könnt ihr dann hier nochmal auswählen okay ehrlich gesagt welches set sah denn gut aus season 1 ne season 1 nicht season 3 sagen wir season 2 und dann kann man dann da auch gucken okay ich vote jetzt dafür ähm und dann seht ihr auch gleich wie viele stimmen die anderen sachen haben ähm die votes halten das seht ihr hier auch immer zum zeitpunkt der aufnahme sechs tage also man kann dann insgesamt rund eine woche abstimmen und danach wird oder werden diese sets so von blizzard für season 4 eingebaut da bestimmt auch wieder fragen kommen nein es steht noch nicht fest wann season 4 kommt das ist noch nicht bekannt das ist so ziemlich das erste was wir jetzt dazu wissen und damit danke an euch fürs zusehen bis zum nächsten video habt eine gute zeit und reingehauen